Was bleibt und was nicht bleibt, ist die direkte Erfahrung von Freude und Leid, von sensitiven Eindrücken, Sinnlichkeit, die Erfahrung der Verwirklichung der Wirklichkeit, in der der Erfahrende auch nur eine Erfahrung ist. Direkt der Intimität, ohne einen, der sie braucht oder ablehnen kann. Ohne einen Filter oder mit Filter, mit und ohne Filter, spielt wohl keine Rolle mehr. Weil es ist unvergleichlich, jeder Moment einzigartig. Durch jede Kamera, durch jeden Organismus wird es anders erlebt. Ganz direkt und stets anders. Und doch immer dasselbe, das sich unendlich ausdrückt, ohne einen Abdruck in sich selbst zu haben. Vollkommene Genialität und absolute Dummheit. So viel Raum, dass beide, ungestört, sich nicht behindern. Direkt. Jetzt. Jetzt.